Mh, der riecht aber lecker. Mh, ist eine besondere Empfehlung von meinem Weinhändler in Südfrankreich. Wow. Mh, mh, mh. Ähm, und die Gläser? Oh Mann, ich bin ja doch kaputt. Ich wusste doch, da fehlt irgendwas. Ja. Rioja? Dauert nur ein Sekündchen, ich muss doch eben die Gläser polieren. Oh, 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 oh. Mach's dir ruhig schon mal gemütlich. Wie findest du eigentlich meine neue Couch? Ist ein Einzelstück aus Nordfrankreich. Ich bin gleich bei dir. So. So. Leere Flasche. Leere Flasche. Also manchmal denke ich, ich hätte die Fett bekloppt. Du, das kommt oft einfach nur vom Stress. Entschuldigung, weißt du, was ja auch super lecker schmecken soll? Melone mit Schafskäse. Echt? Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Entschuldigung, dass ich mich so einmische. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Welche Sprache ist denn das, wo Sie da schwitzen? Das ist Deutsch. Deutsch, das hätte ich nicht gewusst. Für ein paar Sekunden hände ich ja auf Italienisch getippt. Aber da waren so viele Worte mit und da sind ja gar nicht die Italiener.